7. April 1965 Ich sprach mit der mir zugeordneten Schwester und erwähnte, der Herr Tu, als wollte er mich vergessen, und ich fühle mich dabei weit von ihm entfernt. Noch am selben Tag geschah es, als ich mich zu Hause mit meinen kleinen Enkelkindern beschäftigte, betete ich in der Tiefe meiner Seele den Herrn Jesus an und leistete Sühne. Ich empfand, wie meine zu ihm gesandten Worte in unendliche Höhen stiegen. Da überraschte er mich. Warum denkst du, dass ich weit über dir in der Höhe sei? Ich stehe auch jetzt neben dir. Während der Herr Jesus sprach, spürte ich in meiner Seele das sonderbare Empfinden, das die heiligste Jungfrau in ihrer wunderbaren, entzückenden Liebe zum Herrn Jesus sagte. Sie ist auch mein besonderer Liebling. Und sie ließ mich wissen, dass man von mir sprach. Die heiligste Jungfrau ist in die Liebe der heiligsten Dreifaltigkeit so einbezogen, dass ich sie in meiner Seele kaum unterscheiden konnte. Davon war ich ganz überrascht und zu meiner Verwunderung ließ mich der Herr Jesus in wunderbare Dinge versinken. Er sprach, das ist keine Verzückung, nur eine Art davon, darum kann deine Körperkraft dies ertragen. Währenddessen weihte er mich in bislang unbekannte himmlische Dinge ein. Das kann ich aber nicht in Worte fassen. Der Herr Jesus hatte auch am folgenden Tag mit mir darüber gesprochen. Es ist mir unmöglich, dies niederzuschreiben. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen Dank.